Für kurze Zeit steht der Duft im Zentrum von Schloss Wildeck. Sieben renommierte Parfümeure und Aromatologinnen sind eingeladen worden, verschiedene historische Räume mit Duft zu interpretieren. Die Parfümeurinnen haben Duft dazu verwendet, die Geschichten von Wildeck weiter zu erzählen und jeder auf seine ganz eigene persönliche Duftart. Dieser Ort hat mich total inspiriert und es war total toll, hier in dieser Ausstellung zu merken, wie viele Pflanzen aus den Alpen kommen können und sie auch hier zu riechen. Und diese Mischung von Holzen und Pflanzen und frischer Luft und was drin passieren kann, ist sehr, sehr, sehr interessant. Man taucht hier ein in eine ganz andere Welt als sonst. Man erlebt das Schloss mit mehr Sinnen. Man erlebt inszenierte Welten, die einen emotional mitnehmen. Durch die Düfte taucht man ein in etwas ganz Spezielles. Ich lasse mich herzlich ein, die Duftreise im Schloss Wildeck zu machen. Das sind neue Erfahrungen, die man bei uns machen kann, für kurze Zeit bis Sonntag, 22. Oktober 2017. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020